Musik Moin, ich bin Pietrus und wir begrüßen euch ganz herzlich am Bundesfachzentrum für Metall und Technik hier in Nordheim. Moin, ich bin der Florian und wir machen hier in Nordheim unseren Abimeister. Moin, ich bin der Leonard und wir nehmen euch jetzt mit auf den Rundgang in unserer Schule. Hier befinden wir uns beim Abijahrgang 16. Wir werden gerade in Steuerungstechnik unterrichtet. Steuerungstechnik gliedert sich in zwei Hauptgruppen, Hydraulik und Pneumatik. In diesem Raum seht ihr, wie Pneumatik geschult wird. Steuerungstechnik ist ein wichtiger Teil unserer Ausbildung, da viele industrielle Anlagen entweder mit Pneumatik oder Hydraulik funktionieren. Hier an den Anlagen seht ihr einmal normalpneumatische Anlagen und elektropneumatische Anlagen. Diese bekommen ihre Signale über Elektromagneten. Jetzt sind wir in der Metallbauer-Werkstatt. Hier lernen wir Metallbauer in unserer Gesellenausbildung die Grundkenntnisse der Metallbearbeitung. Vom Bohren bis zum Schleifen bis zur Blechbearbeitung ist alles dabei. So, jetzt geht's ab in die Feinwerker-Werkstatt. Diese könnt ihr schon hinter mir sehen. Dort wird gefräst und gedreht. Los geht's! Hier findet sowohl die Ausbildung an konventionellen Dreh- und Fräsmaschinen statt, sowie die Ausbildung an NC- und CNC-gesteuerten Maschinen. Während unserer Ausbildung erlernen wir natürlich auch das technische Zeichnen. Dabei zeichnen wir nicht nur von Hand, sondern auch am Computer. Für das zeichnungsgerechte Konstruieren erlernen wir natürlich alle notwendigen Regeln und Normen. Jetzt sind wir bei meiner Klasse in der Schweißerei. Hier machen wir unsere Schweißgrundausbildung in verschiedenen Schweißverfahren, wie zum Beispiel MAC, E-Hand oder WIC. Und hier seht ihr die Schweißkabinen. Unser Ausbildungsmodell findet im Blockunterricht statt. Wir sind drei Monate am Stück hier in der Schule und danach drei Monate in unseren Betrieben, wo der praktische Teil der Ausbildung stattfindet. Während wir im Betrieb sind, hilft uns diese Grundausbildung im Schweißen sehr, da der Betrieb damit sieht, dass wir schon Erfahrung im Schweißen haben und uns damit mehr Verantwortung überträgt. So, jetzt zeige ich euch meine Klasse. Im letzten Ausbildungsjahr machen wir unseren Meister und sitzen da eben zusammen mit den Vollzeitmeistern. Kommt mal mit! Der Meister besteht aus vier Teilen. Der erste Teil ist die Fachpraxis, der zweite Teil ist die Fachtheorie, der dritte Teil ist die Betriebswirtschaftslehre und der vierte Teil ist die Arbeitspädagogik. Momentan sind wir im zweiten Teil, also der Fachtheorie und haben gerade Kalkulieren mit Excel. Ja, alles klar, jetzt kommen wir zu meiner Klasse. Wir haben im Moment Fachtheorie, Werkstoffkunde. In den ersten zwei Jahren findet unsere verkürzte Ausbildung zum Gesellen statt. Hierbei werden uns verschiedenste Inhalte vermittelt, wie zum Beispiel die Fachtheorie und wie hier gerade zu sehen, die Werkstoffkunde. Jetzt sind wir am Ende unseres Rundgangs angekommen. Ich denke, es hat euch gut gefallen. Wir hoffen, euch bald bei uns begrüßen zu dürfen. Wir hoffen, euch bald bei uns. Untertitelung des ZDF, 2020